Der BVB in der Krise. Was sie jetzt brauchen? Unseren BVB-Hype-Track aus dem Team-Check. Wir gehen rein. Was bedeutet für dich Dortmund? Schwarz-gelbe Träume voller Leben? Oder einfach nur ein Spiel? Bekassem, euer Liga-Inzider. Schreibt mir mal in die Kommentare, was für euch aktuell Dortmund bedeutet. Und dann reagieren wir heute auf den Misserfolg beim BVB. Und ich bin auf Spurensuche gegangen und habe hier einige Indikatoren, warum das aktuell nicht läuft beim BVB. Und die zeige ich euch jetzt. Richtig geil. Bisschen Vintage-Team-Check-Style. Kriege ich gleich wieder so einen geilen Vibe. So, und damit gehen wir mal rein. Ich habe als allererstes, was habe ich aufgemacht? Das Statistik-Tool. Und habe mir angeschaut, wo ist Dortmund denn richtig gut? Und wo haben sie denn nochmal ein bisschen Nachholbedarf? Und das zeige ich euch genau jetzt. Also, die Dortmunder sehen in den Statistiken-Overall eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Das vielleicht mal vorab. Ich habe mir natürlich hier rein Bundesliga angeguckt. Und wir haben erstmal den Ballbesitz. Den haben sie manifestiert in Dortmund mit 61%. Das ist ein richtig, richtig starker Wert. Nur der FC Bayern hat da mehr. Also Balldominanz BVB-Check. So, dann PPDA-Pass-Per-Defensive-Action. Den kennt ihr alle schon. Wie viele Pässe lassen sie den Gegner spielen, ehe sie zugreifen? 9,4 Pässe lassen die Dortmunder da spielen. Nur der FC Bayern hat mehr. Auch hier Pressing-Maschine BVB-Check. Also, das sind schon mal zwei richtig gute Werte. Und die sind auf jeden Fall kein Indikator, warum das aktuell nicht läuft. Aber ich bin reingegangen. Tore und Großchancen. Auch hier ist Dortmund mega gut. Also, da haben sie die zweitmeisten mit 27. Auch das ist ein richtig, richtig starker Wert. Wer die meisten hat, muss ich euch nicht erzählen. Und gemessen an den Schüssen ist es gut. Aber wo hapert es hier? Effizienz. Das ist schon mal so unser erster Indikator. Da sind sie nämlich im Mittelmaß. Liegen sie bei 10%. Das ist zu billig. Hier Platz 9. Und das ist eventuell auch ein Grund, warum sie aktuell nicht in der Bundesliga auf einer Top-Position zurzeit stehen. Und ganz schlimm ist dieser Stat hier noch on top. Also, Effizienz haben wir. Weiß hier der ein oder andere auch, der regelmäßig hier mal reinschaut. Auch gerne das Datengold-Format. Das sind die Fehler vor Gegentor. Da hat Dortmund 9 Stück aktuell gesammelt. Da sind sie weit auf der 1. Da bin ich nochmal in Ebene tiefer gegangen. Wer ist denn da der Mann mit den meisten? Das ist Emre Can. Ja, da hat die meisten da gesammelt. Mit 3 Stück. Und das ist ein Kapitän, der dich, wenn er startet, aufs Feld führt. Das passt schon mal irgendwie gar nicht so gut zusammen. Also, Indikator-Effizienz halten wir mal fest. Da ist natürlich die Lösung, bring den abschließenden Spielern eine noch bessere Schussposition. Aber da kann Nuri auch, glaube ich, gar nicht so viel machen. Da müssen halt die Striker vorne halt noch sicherer, effizienter abschließen. Und der Indikator 2, ja, das sind die Fehler vor Gegentor. Aber Fehler machen, das ist natürlich der Killer. Aber die Leute dann natürlich auch aufzustellen. Can hast du natürlich rausgenommen. Erstmal gegen Augsburg. Dann fiel aber Anton aus. Und dann kam Can wieder rein. Auch in dem Spiel in Augsburg auch wieder ein Fehler. Vor Gegentor sich erlaubt. Und das kann natürlich nicht sein. Ich habe hier einen Blick. Und das ist Ben Sebaini. Der hat nämlich in der algerischen Nationalmannschaft auch schon Innenverteidiger gespielt. Wieso probiert er den denn nicht mal aus? Das wäre hier doch direkt mal für Elifau mein Mann. So, wir gehen mal weiter. Was sagen denn die Verantwortlichen? Ich habe mir dann erstmal nochmal die Post-Game-Conference von Nuri Sahin angeguckt. Und der sitzt da in Wolfsburg. Und der wirkt auf mich traurig. Der wirkt auf mich traurig wie so ein trauriger Junge. Da sitzt er, beglückwünscht den Gegner und sagt, das war ein unglückliches Spiel. Da fehlt mir das Feuer. Da fehlt mir irgendwie der Esprit, der Witz, den er noch hatte zum Bundesliga-Start. Da vor dem Spiel gegen Frankfurt, da habe ich ihn auch noch im Ohr. Wo er sich auch nicht in die Karten gucken lässt, wie auch bei den Vorbereitungsspielen. Und da fehlt aktuell so ein bisschen, ja, der Geist, das Feuer, das habe ich genannt. Und das Feuer, das gab es von Matthias Sammer nach dem Spiel gegen Madrid. Da gab es Feuer vom BVB-Berater des Managements himself. Ja, und der hat da gekocht. Und der hat gesagt, wenn wir jetzt mal nicht den Ball haben, dürfen wir da nicht mehr verteidigen. Das ist eine steile These. Aber da hat er recht. Natürlich emotional nach dem 2-5 in Madrid. Da ist er entsprechend aber mal, ja, hat er das Richtige gesagt. Denn auch da sind sie mit 14 Gegentoren in der Bundesliga. Auch nur Mittelmaß. Platz 9 und am Wochenende geht es gegen die Defensivkönige aus Leipzig. Die haben drei Gegentore und sind da, ja, auf der 1. Ich fand das schon richtig geil von Sammer. Er sagt neidisch auf den Hunger, den Madrid da gelebt hat. Und genau das ist es doch aktuell. Also die Gier auf die Titel. Ein Team ist mehr als die Summe seiner Einzelteile. Auch das ist gerade so ein bisschen das, was du siehst. Auch wenn wir hier nochmal Paradebeispiel das Spiel gegen Augsburg nochmal ranziehen. Da hast du natürlich die besseren Einzelspieler. Du hast mehr Ballbesitz mit 72%. Du bringst aber nur vier Schüsse aufs Tor. Die selbe Anzahl bringt Augsburg auch aufs Tor. Die machen aber davon halt auch zwei Dinger. Und dann gehst du hier auch baden. Also da auch Chancenerzeugung. Es fehlt der Automatismus, der da gerade nicht vorhanden ist. Der die Chancen einfach safe rausspielen und die Dinger kalt schnäuzig verwerten. Auch das ein Automatismus. Auch das ein Indikator, der fürs Offensivspiel einfach gerade gar nicht greift. So, dann bin ich in die Dauerkarte gegangen zu den Insidern auf dem Campus. Und hab mal die Jungs gefragt hier. Was sagt ihr denn? Was sind denn so für euch die Gründe, warum das aktuell nicht läuft? So, und wir fangen mal an hier mit das Leben des Brian. Den kennt ihr alle aus dem Gamechanger-Pod. Den gibt's heute wieder live auf dem Ohr. Und ihm ist das alles zu statisch. Er hat das ein bisschen taktisch beäugt. Und es fehlen ihm hier die Abläufe, die Sicherheit. Auch für ein positives Mindset. Und auch da der Spielstil, den du auch einfach mal anpassen kannst an ein gegnerisches Pressing. Auch das findest du in Dortmund aktuell nicht vor. Er stellt hier schon die Frage, ob Schein der richtige ist. Und rät hier tatsächlich schon zu Erik Ten Hag, der im Bereich Konteranfälligkeit und Pressingansatz noch einen besseren Stiefel fährt. So, das Leben des Brian. So, wir haben den Joe 13 mit einem ganz harten Einstieg hier. BVB-Fan zu sein, heißt momentan nichts mehr zu erwarten und trotzdem noch enttäuscht zu werden. Das fand ich schon einen harten Einstieg. Er hat hier einen klaren Schwachpunkt. Das ist auch hier für ihn Emre Can. Den hatten wir schon in der Statistik auch auserkoren. Und Aufbauspiel. Das wird verschleppt, auch unter anderem durch Emre. Und man stehe sich da selbst im Wege. Appelliert hier auch nochmal den Kampfgeist der Dortmunder, den er aktuell hier vermisst. So, wir haben unseren Mann. Das ist Mac Mocker. Der fegt einmal komplett durch jeden Mannschaftsabteil. Er fängt mal hier an mit Kobel. Strahlt nicht die Souveränität aus. Das habe ich auch beobachtet. Gerade im Spiel auch gegen Augsburg. Da beim ersten Treffer von Claude Maurice. Für mich ist er da nicht chancenlos. So ein bisschen Bahnschranken-Vibes, wie er da runterfällt. Den kann man eigentlich auch halten. Zumindest für mein Empfinden. So, Verteidigung. Da fehlt die Entlastung auch aus dem Mittelfeld. Die da mal eleganten Pressing auflösen. Verletzungen spielen hier leider auch eine Karte. Die haben wir gestern auch schon wieder drin gehabt. Metzscher und Kobel, die da aktuell auch fürs Spiele am Wochenende wackeln. Dann hast du Süle, Ria Son, Jan Kuto. Die sind verletzt. Anton ist angeschlagen. Den erwarten wir in der V.A. Aber auch da ist Hoffnung auf jeden Fall auch vorne weg. Adyemi, genauso wie Duronville im Aufbautraining. Das schwächt natürlich deine Jungs. Das sind hier auch wichtige Leistungsträger, die aktuell nicht beim Team sind. Und auch dann geht er nochmal rein. Mittelfeld, zu viele Zentrumspieler. Auch das habe ich beobachtet. Mit Sabitzer, Chan, Groß, Metzscher. Das sind vier Männer für zwei Zentrumspositionen, die du da hast. Das ist ja eine Überbevölkerung. Dann wurde versucht, Jaman Sabitzer mal auf außen zu setzen. Das ist irgendwie auch gerade so ein Ding, was Gladbach auch gerade spielt. Da klappt es aktuell. Da haben sie ja dann Player umfunktioniert für Stöger. Aber hier hast du einfach beim BVB zu viele Spieler für zwei Positionen. Auch einen Matcher, den hast du für 30 Millionen geholt. Der hat da irgendwie sportlich eine schwere Perspektive. Und auch ein Groß, der jede Woche gefühlt zwei Spiele spielt, ja auch Natsio, ist der schon überspielt. Der hat natürlich auch schon ein gewisses Alter. Und vielleicht fehlen ihm da auch ein bis zwei Prozent Frische. So, er sagt dann auch, er zitiert hier aber auch nochmal Nuri Sahin. Der sagt, alle sind Leader. Auch das finde ich richtig cool hier. Denn vielleicht braucht es da nur einen Leader, der vorangeht, der das Team mitreißt und auch nochmal aufs nächste Level packt. Das habe ich auch nochmal für euch im Fazit. So, und dann geht er hier einen ganz bestimmten Mann an. Auch er geht auf Emre Can. Das ist hier für viele wirklich, ja, der Grund, warum es hier nicht läuft beim BVB. Das haben wir statistisch auch belegt. Und er ist ja der Kapitän. Vielleicht braucht es da auch nochmal ein neues Announcement. So, wir haben Feast Mode. Der geht auch nochmal auf die spielerische Komponente ab. Hat in seiner Analyse auch nochmal ganz schön das vercoachte Spiel in Madrid. Ja, schielt hier auf Jamie Gittens, der für mich einer der Leistungsträger ist gerade in Dortmund. Letzte Saison zwei Tore geschossen. Wettbewerbsübergreifend. Aktuell, wo steht er da? Frag ich euch. Fünf Treffer. Drei in der Champions League, zwei schon in der Liga. Und das ist für mich einer der Rookies. Einer der heißesten Spieler. Der muss jedes Spiel starten beim BVB. Das ist einer deiner wichtigsten Spieler. Und der muss einfach noch mehr Verantwortung bekommen von Nuri Sahin. Auch im Spiel gegen Real Madrid. Dann nimmst du ihn so raus nach einer guten Stunde. Da fehlt dir Pressure Release. Das ist ein Spieler, der dir mal Entlastung bringt. Und er bringt dir Breite ins Spiel. Auch das geht dann nach dem Wechsel verloren. Auch hier wurde schon gesagt, dass Sahin das Spiel vercoacht hätte. Dann kam ja auch die Gegenflut an Gegentoren. So, auch er bemängelt das Aufbauspiel. Das sei auch gestört worden. Und macht dann auch nochmal ganz klar, du holst hier auch Anton und Schlotterbeck. Das waren letzte Saison die beiden besten Aufbauspieler. Und die möchte ich hier auch nochmal glorifizieren. Positiv hervorheben. Die haben nämlich beide noch keinen Fehler vor Gegentor. Das ist ein richtig guter Wert hier. Und die stehen auch für deine Balldominanz, die wir gelebt haben in der Statistik. Da haben wir den Ballbesitz. Und ja, die strahlen deine Ruhe aus. Die strahlen deine Souveränität aus. Gerade auch am Ball. Und machen hier BVB auf jeden Fall besser. Gerade ist es natürlich wichtig, dass Anton spielt. Denn der ist aktuell angeschlagen. Wir haben ihn gerade in der VA, habe ich schon gesagt. Aber die beiden Jungs brauchst du fortan. Die brauchst du einfach immer safe drin. Denn ansonsten wackelt dir da die Defense. Über die muss es laufen. Und die müssen halt eingespielt sein. Und umso schwerer wäre es jetzt natürlich, wenn Anton fehlt. Gerade auch wie jetzt im Pokal. Und gerade auch vor, im Hinblick aufs Wochenende, vorm Super-Banger-Topspiel gegen RB. Da brauchst du beide am Start. Lichtblick für ihn ist Gerasi im Outro von FaceMode. Den hat hier eigentlich jeder Insider mir auch nochmal wärmstens ans Herz gelegen. Und das ist ja auch kein Geheimnis, dass Gerasi hier gerade alles überstrahlt. So, Pöti, unsere BVB-Legende da auf dem Discord. Ihm fehlt, finde ich ganz geil, auch ein Outstanding Player. Einer, der nochmal auf ein ganz anderes Niveau geht. In die Richtung geht ja schon auch Gerasi. Er geht hier aber auch nochmal an das Management, auch an die Scouting-Abteilung. Da fehlt ihm ein Bellingham, ein Haaland, ein Jadon Sancho. Einfach nochmal einer, der das ganze Ding nochmal auf ein neues Level dreht. Und das finde ich richtig cool. Der kreidet aber auch nochmal im nächsten Absatz. Geht hier nochmal Sahin auch ein bisschen an, klar. Der ist erst 36. Fehlt Sahin hier die Autorität, dass er nochmal irgendwie einen Spieler ans Achtung stellt. Wir sind natürlich nicht in der Kabine. Aber das ist natürlich seine erste Haupttrainer-Position. Also, sag ich mal, auch bei einem richtig guten Verein. Der war natürlich schon mal vorher in der Türkei auch am Start. Und, klar, fehlt ihm hier die Erfahrung. Aber auch die PK-Präsenz, auch da, die hatten wir jetzt auch schon hier in der Analyse. Auch da ist es vielleicht gerade ein bisschen zu wenig von Sahin. Dann Pöti weiter. Er spricht hier von einem Management-Fehler. Der Bedarf Geduld. Das ist hier gerade ein Umbruch beim BVB. Du hast natürlich auch viele neue Leute da auch im Management, die da auch nochmal neue Positionen bekommen haben. Und natürlich auch die Spieler. Auch da sind natürlich viele dazu gekommen. Auch hier Bedarf ist Zeit. Er hat aber schon Fortschritt gesehen. Also verspricht sich hier nochmal einen positiven Drive. So, wir haben Cello. Cello natürlich hier mein Mann. Den kenne ich natürlich auch schon länger. Auch er hier in der Dauerkarte aktiv. Er appelliert hier an den Faktor Geduld. Er hat hier auch nochmal eine schöne Analogie rausgeholt mit Jürgen Klopp. Der hatte auch zwei schwere Jahre. Und dann kamen drei richtig starke, geile Jahre. Also hier nochmal Geduld ins Spiel bringen. Und auch hier die Erwartungshaltung runterschrauben beim BVB. Das ist natürlich richtig schwer. Denn auch ähnlich wie beim FC Bayern zählen hier nur die Titel. Und ja, die habe ich auch nochmal gleich im Fazit. So, Prezi schließt das Ding hier ab für mich. Er ist nostalgisch unterwegs wie Cello. Auch er bringt nochmal die Klopp-Ära an. Und dass danach nicht mehr so richtig was hochkam. Und er definiert auch die BVB hier als identitätslos. Das hatten wir auch schon über Summer schon drin. Auch besonders nach dem Madrid-Spiel. Was ist unsere Identität? Wo sind wir hergekommen? Was sind unsere Grundlagen? Und was können wir hier für Lösungen finden? Da ist er so im Einklang mit Summer. Und ich habe versucht, Lösungen zu finden. Ich habe es nochmal versucht, jetzt in ein Fazit zu bringen. Mutmacher für den BVB. Das ist Serhu Girassi. Der kreierte gerade alles offensiv. Tor und Großchancen ligaweit die Vier. Das haben wir auch gesagt. Und der fehlte sogar in den ersten beiden Spielen. Umso höher ist ihm das gerade anzurechnen. Der ist vom Standing auch einfach der wichtigste Mann. Wäre er nicht auch neuer Kapitän für den BVB. Gerade jetzt in der schiefen Misslage. Schreibt mir das gerne mal auch in die Kommentare. So, Automatismen im Spiel für positives Mindset. Da gehe ich ja auch im Einklang mit Brian. Da sind wir im Gleichschritt. Eminent wichtig, dass Anton jetzt reinkommt. Auch gerade für das Spiel gegen die Leipziger. Und Emre Can, vielleicht musst du denen einfach nochmal eine Pause geben. Vielleicht einen neuen Kapitän, wer wir es eben haben. Und dafür neuen Wind sorgen. Die Formation, die muss ich jetzt finden. Gerade auch der Spielstil Dreier- oder Viererkette. Da muss jetzt wirklich eine Beständigkeit reinkommen. Ein Automatismus, der greift. Und dass du einfach fehlerlos jetzt durch die nächsten Wochen kommst. Und dann habe ich noch Mutmacher von mir. Ein Sieg gegen Leipzig. Ja, so einfach ist es. Einfach jetzt einen Sieg landen. Der muss irgendwie rankommen. Das würde das Team beflügeln. Der würde das ganze Umfeld wahrscheinlich immens pushen. Und den musst du irgendwie holen. Ich weiß noch nicht wie. Aber Nuri hat einen Plan. Und das weiß ich. So, Problemzone. Die hatten wir auch schon drin. Effizienz ist eine ganz heiße Problemzone. Hatten wir schon aus der Statistik. Mehr Chancen kreieren. Vielleicht ist das ein Faktor. Aber auch einfach die kalte Hundeschnauze. Da kann Nuri, finde ich, auch gar nicht viel machen. Das müssen die Spieler auf dem Platz einfach besser entscheiden. So, ist Sahin zu lieb. Auch das ist ein Punkt. Das kann schon sein. Wir sind natürlich nicht Mäuschen in der Kabine. Kommt er an die Spieler heran? Der ist natürlich 36. Der hat jetzt Niederlagen zu verkraften. Eine Autorität hatte Pöthi auch schon angekreidet. Ja, Kumpeltyp wie Kompany. Das hatte McMocker auch drin. Bei den Bayern klappt es. Aber die haben natürlich auch ein ganz anderes Spielerkontingent. Da fehlt auch mal der Outstanding Player, den wir auch schon benannt hatten. Da haben die Bayern natürlich mehr. Und da hat Kompany natürlich auch viel mehr Variation. Der kann da nochmal einen Command einwechseln. Der kann Sané von der Bank bringen. Das kann Dortmund aktuell eher nicht. Und dann haben wir die Erwartungshaltung auch von Cello schon gesagt. Hat der zu viel Druck, der Sahin. Das spielt auch ein bisschen hier in Punkt 2 rein. Und die BVB-Verantwortlichen wollen Titel. Und da ist gemäß Dienstag erstmal minus 1. Harte Wochen beim BVB. Aber mit einem Sieg gegen Leipzig sehe ich das Ganze eigentlich schon wieder positiv. Schreibt mir mal in die Kommentare, was für euch die Gründe sind für den aktuellen Misserfolg. Und dann checkt nochmal unsere Videos. Wir hatten die Pyramide mit Guido. Und wir hatten die Pyramide mit mir im Solo. Und damit wünsche ich euch weiterhin einen schicken Tag. Hört heute mal rein. Game Changer am Donnerstag. Und damit bin ich raus. Tschüss.